Ein herzliches Bonjour nach Berlin für Birgit Schwarz, der Korrespondentin für den ORF. Grüße Sie! Schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, was der Österreicher dazu sagt, na Servus oder sonst was. Bei so einem engen Ergebnis hätten Sie damit gerechnet? Nein, dass es so knapp werden würde, damit hat niemand gerechnet bei uns. Das war wirklich eine Überraschung, weil es ist vorher schon im Beitrag angeklungen. Alexander Van der Bellen, der ehemalige grüne Parteichef, der jetzt als Unabhängiger kandidiert hat, der lag nach dem ersten Wahlgang deutlich hinter Norbert Hofer. Norbert Hofer hatte noch in etwa 15 Prozent der Stimmen aufzuholen, Alexander Van der Bellen mehr als 30 Prozent der Stimmen. Insofern ist dieses sehr, sehr knappe Kopf-an-Kopf-Rennen eine große Überraschung. Geht das denn so weiter, dieses aufholen, wenn jetzt die Briefwähler-Stimmen ausgezählt werden? Was glauben Sie? Also wir wissen aus dem ersten Wahlgang, dass die Wahlkartenwähler, die Auslandsösterreicher, überproportional nicht den Kandidaten der FPÖ gewählt haben. Deshalb gehen die Wahlforscher davon aus, dass auch diesmal bei den sehr vielen Wahlkarten, Sie haben es auch schon vorher angesprochen, mehr als 700.000, dass sich da große Vorteile für Alexander Van der Bellen ergeben könnten. Daher auch die jüngsten Hochrechnungen. Es sind ja nur Hochrechnungen, die den grünen, den ehemaligen grünen Parteichef hauchdünn vorne sehen, um etwa 3.000 Stimmen. Aber genaueres werden wir wirklich erst wissen, wenn diese Wahlkarten ausgezählt sind. Und das wird am frühen Abend heute Abend sein. Reden wir mal ganz kurz noch über die Kandidaten. Das sind ja zwei, ja doch, irgendwie sehr unterschiedliche Menschen. Wie würden Sie denn im Einzelnen betrachtet sein als Präsidenten? Das weiß man nicht so genau. Man kann schon ein bisschen davon ausgehen, was Sie im Wahlkampf angekündigt haben. Alexander Van der Bellen kennt man schon sehr lange in Österreich. Er war sehr, sehr lange Wirtschaftsprofessor. Da habe ich ihn auch als Studentin noch kennengelernt. Hat dann spät seine Parteikarriere gestartet. Er ist ein höflicher, zurückhaltender Mann, der immer ganz klar in seinem Wahlkampf betont hat, er werde ein pro-europäischer Präsident sein, der das Internationale betont, der Österreich nach außen vertritt. Norbert Hofer ist der Kandidat der Freiheitlichen Partei Österreichs. Er hat in seinem Wahlkampf sehr stark das Nationale betont. Er hat auch gesagt, er werde ein starker Präsident sein. In starker Erinnerung ist uns noch sein Ausspruch aus dem Wahlkampf. Wir würden uns noch alle wundern, was alles geht im Amt eines Präsidenten. Was er damit genau gemeint hat, ist nicht klar geworden. Also die beiden haben schon eine ganz unterschiedliche Amtsauffassung erkennen lassen in ihren Auftritten im Wahlkampf. Ja, also da spürt man so eine gewisse Polarisierung. Zwei sehr unterschiedliche Kandidaten und dahinter versammelt sich ein ganzes Volk auch noch mittendrin irgendwie aufgespalten. Was ist denn los? In Österreich, dass so rechts und so links gewählt wird. Also der Hauptgrund ist der, dass die beiden Kandidaten der ehemals großen Volksparteien in Österreich, ÖVP und SPÖ, also Bürgerlich-Konservative und die Sozialdemokraten, dass diese Kandidaten im ersten Wahlgang massiv abgestraft worden sind. Man muss sich vorstellen, beide Kandidaten haben gemeinsam nur 22% der Stimmen auf sich vereinigt. Das ist ein grauenhaft schlechtes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass das die Kandidaten der amtierenden Regierungskoalition waren. Insofern war diese Bundespräsidentenwahl erst einmal eine Abwahl der Kandidaten der großen Koalition. Und der zweite Punkt, der eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, war natürlich die Flüchtlingskrise in Österreich. Und diese Flüchtlingskrise, die bei vielen Menschen Sorge und Angst ausgelöst hat, hat natürlich dem Kandidaten der Freiheitlichen Partei, der ganz stark auf Abschottung und Abgrenzung gesetzt hat, bei dieser Wahl geholfen. Ja, was ist denn jetzt nun die Moral von der Geschichte, so wie es sich gerade darstellt? Da können ja die etablierten Parteien eigentlich gar nicht weitermachen. Also die etablierten Parteien, vor allem die Sozialdemokratie hat reagiert. Interessanterweise zwischen den beiden Wahlgängen ist es ja in Österreich zu einem Kanzlerwechsel gekommen. Bundeskanzler Werner Faymann, der auch in Deutschland sehr bekannt ist, weil er sich zu Beginn der Flüchtlingskrise sehr exponiert an die Seite von Angela Merkel gestellt hat. Dieser Werner Faymann ist in seiner Partei gescheitert, weil er mit seiner Flüchtlingspolitik und dann auch dem Schwenkin, dem radikalen Schwenkin zu einer Abschottungspolitik seine eigene Partei gespaltet hat. Dieser Werner Faymann ist zurückgetreten und wir haben seit wenigen Tagen erst einen neuen Bundeskanzler in Österreich, Christian Kern. Und dieser Mann hat sehr klar betont, wo er die Defizite sieht und hat tatsächlich so etwas wie ein bisschen eine Aufbruchstimmung im Land erzeugt. Das ist natürlich alles noch sehr frisch und man muss erst einmal warten, ob er das, was er versprochen hat, auch einhält. Aber Tatsache ist, es ist so ein bisschen ein kleines Gefühl von Wechsel, von Hoffnung in Österreich aufgekommen und aus den ersten Motivforschungen nach der Wahl gestern weiß man, dass das tatsächlich auch dem Kandidaten Van der Bellen geholfen hat, dieser neue Hauch von Aufbruchsstimmung in Österreich. Gut, aber da steht natürlich noch ein Kandidat der FPÖ entgegen, der ja auch die Hälfte geholt hat. Also da versammelt sich die Nicht-Allianz, nämlich eine nur eng gefasste Gruppe hinter der FPÖ. Was heißt das? Das ist wirklich sehr interessant. Für die allermeisten Wähler war gestern klar, dass es sich um eine Richtungswahl handeln würde. Auf der Seite von Alexander Van der Bellen hat sich eine sehr bunte Koalition versammelt. Auf der Seite von Norbert Hofer, immerhin auch ein Fünftel seiner Wähler, hat noch nie in ihrem Leben vorher die FPÖ gewählt. Das wissen wir aus Wählerstromanalysen. Das heißt, auf der Seite von Norbert Hofer versammeln sich all jene, die protestieren wollen gegen die Politik der Großen Koalition, die vielleicht auch Angst vor der Flüchtlingskrise haben und die tatsächlich wünschen und befürworten, dass Österreich einen distanzierteren Kurs zur Europäischen Union fährt und sich tatsächlich auch mehr abschottet. Und da steht es in unserem Land jetzt wirklich 50-50. Ja, Birgit Schwarz, Sie haben uns jetzt klargemacht, dass wir uns wieder mehr interessieren sollten für unseren Nachbarn Österreich. Dankeschön dafür nach Berlin. Auf Wiedersehen.